ja hallo und willkommen zurück und die stadt erfrieren wir müssen erst mal ein bisschen gucken wo wir hole herkriegen wo wir unseren treibstoff herbekommen das logistik zentrum bau dich aus es geht mir sehr rapide nach unten müssen wir ganz kurz auf die was habt ihr denn dürfen wir das nächste gesetz entscheiden ja ich würde den gerne noch eine hausung bieten holofo kommt fast erschöpft wir müssen drehen wir sind doch richtig in den kinderschuhen wir müssen wir sollten das vertrauen ein bisschen hoch halten ich brauche die stimmen das ist das problem hier kommen sie her rack zerlegen danke wir brauchen teile wir brauchen alles fliege nach neulondon begleiten hier hier fertig bauteile nehmen hier 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 wir brauchen auf jeden fall erstmal Perfekt. Wow. Ich kriege gleich Ressourcen. Okay. Langsam steige ich dahinter, was die alle von mir wollen. Lucy ist in der Mine gestorben. Die haben die Staubmine vor dem Feuer gerettet. Wir können hier ein Denkmal bauen. Wäre ich dafür. Hier können wir noch Häuser reinpflanzen. Ja, ich will, dass die ein bisschen geschützt sind. Okay. Ratsabstimmung. Alles klar. Wir gehen da mal rein. Was wollt ihr? Gemeinnützige Arbeit und Unterstützung von Expeditionen. Oh, oh. Du wirst akzeptiert für unschlüssig. Ah, komm, abstimmen. Ich brauche nur 51. Hm. Das sieht man gesetzt abgelehnt. Ich verstehe. Ich habe gesagt, ich werde das für unterstützen. Die Bewegung zu Frustländern sinkt. Ich habe es probiert. Ich muss mehr dafür tun. Ich muss erst mal... Genau. Da läuft das. 15 Wärmmarken. Das ist nicht viel. Kerne haben wir... Was sagt das? Umland. Sind schon da... Nur 5. Ist bis wir uns gestartet? Dann könnte man ja theoretisch einen Pfad bauen. Ah, wir müssen unbedingt was an den Vorräten tun. Das kostet mich jetzt so ein Vorrat. Ähm. Hier. Wir müssen... Irgend da hin. Wir haben ja aber hier noch genug. Wir machen. Wir finden hier wieder Wärmemarken. Okay. Wir müssen den Energiehaushalt runterkriegen. Das ist viel, viel wichtiger. Es ist kalt. Die Leute müssen erst mal wieder... Was können wir denn bald abreißen? Ich glaube, dann können wir hier auch... So. Hm. Guck mal da erstmal Überhausungen rein. Dass erstmal alle Überhausungen haben. Jo. Hi. Was haben wir jetzt hier? Was heißt dieses Zahnrad? Samtproduktion. Ja, aber was heißt dieses Zahnrad? So effizient. Link. Ist ja nichts mehr drin. Ist ja auch nichts mehr drin. Rutzpflanzenauswahl. Wir brauchen erstmal Wohnraum. Dann müssen wir Pflanzen beschaffen. Umzug. Erstmal in irgendwelchen Gritzen verstecken, ne? Was ist das verdammt? Sackland. Umland. Habe ich jetzt 10? Nee, wie kriege ich die? Beflügbar. Vorhunderbruch 10. Logistikertrag. Müsst ja, Mann. Wir sind ja gerade unterwegs. Müsst ja noch mehr Leute holen, aber das mache ich später. Würde er gerne das hier hören. Dazu brauche ich aber noch 5. Ich weiß nicht, wann ich wie welche bekomme. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall müssen wir ein bisschen Tempo machen. Okay, die bauen das. Und sollte das nicht gegessen haben. Können wir uns irgendwie schon mit Pflanzen rumärgern? Nee. Habe ich nicht. Bruch 38 Wärmemacken. Hä? 200 Arbeitskräfte. Okay. Räumen. 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 Die werden verabschieden. bewiesen, dass wir uns nicht auf Maschinen verlassen können. Die gemeinnützige Arbeit mit der Schutze von Expeditionen. Ich verstehe. Das werden wir auf jeden Fall vorbringen. Auf jeden Fall. Bombshüter. Wegweiser. Projekte finanzieren. Jetzt bin ich. Was so ein Eifer sinkt. Auch die Wärmemacken aber gerade. So. Das auf jeden Fall. So. Wir haben Platz. Das ist sehr gut. Wir brauchen als nächstes. Ähm. Nahrung. Keine Arbeitskräfte. Wo ist das? Okay. Ja. Ich habe jetzt wieder gar keine Marken. Aber die kriege ich garantiert irgendwann irgendwie wieder ran. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich brauche Arbeitskräfte. Gott. Ja. Wenn ich Arbeitskräfte brauche. Ähm. Plattratssitzung. Ändeln. Nicht verhandlungsbereit. Neulondoner. Spannung steigt leicht. Krankheit sinkt. Krankheit sinkt. Das ist immer gut. Elend steigt. Ich halte die Bezirksfähigkeit. Schnellvertriebung frei. Die Elend verringert sich. Aber die Verletzung. Aber zu Verletzungen führt. Ich habe schon Hochleistungsventilatoren. Aha. Arbeitskraft 300. Das hier würde ich eher sagen. Okay. Abstimmen. Das ist ein sehr interessantes Feature in dem Spiel. Ich habe mich komplett erforscht. Ich muss. Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Er will nach da. Ähm. Filtration. Da war es. Also Elend sinkt. Elend sinkt deutlich. Jo. Wir machen das. Okay. Fünf. Siehst du? Ab und zu kriegt man noch welche dazu. Wann und wie? Weiß ich noch nicht. Okay. Hm. Wir haben Arbeiter. Wir müssen jetzt erstmal. Was für die Nahrung tun. Ich möchte jetzt aber hier hin. Was erschöpft. Oh. Frostiges Land. So. Ich möchte aber hier erstmal einen Weg in den Prat bauen. Wo hin? Da. Geht das? Hä? Aber wie soll das funktionieren? Da brauche ich bestimmt was anderes für. Ähm. Verstehe. Wo kann man? Ich brauche irgendwie Dinge. Ernte. Erntegebiet. Gebiet. Ja. Ja. Gehen. Der Bedarf sinkt. Das ist sehr gut. Ich möchte aber. Also ich kann ja Fahrt. Das müssen wir jetzt mal im Tutorial nachlesen. So. Das habe ich noch nicht. ganz Frostland. Pfade. Okay. Bau eines Pfads. Klicke da drauf. Alternativ kannst du auch. Ja. Ich muss also diese Needles haben. Also wenn ich jetzt eine Fahrt habe. Bonk. Und sage. Ich habe zehn davon. Aha. Aha. Okay. Dann müsste ich ja in die Stadt kommen, oder? Machen wir mal bis dahin. Können wir ja immer noch anschließen. Okay. 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 Ich habe es verstanden. Ich brauche jetzt trotzdem nochmal. Äh. Porsche Belüftungssystem. Ja. Das haben wir. Wo ist Filtration? Okay. Was ist jetzt hier oben aus? Ich möchte einfach mir das angucken. Kann ich nicht diese Geländekarte umschalten? Das wäre auch noch cool. Wenn man einfach sagen könnte. Ich könnte. Ah. Hier. Ich möchte hier das Feld noch frei haben. Einfach nur Geländekarte umschalten. Ist immer. Bisschen Einarbeitungszeit. Wie die bauen. Boah. Schöne Penthouse-Wohnung hier oben, ne? Null. 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 Geil. Ich habe gar keinen Vorrat. Was haben wir denn? Können wir hier nicht irgendwie Schichten aktivieren? Eine Notfallschicht. Echt? Oh Gott. So. Können wir jetzt, äh. Zack, zack, zack. Gut. Äh. Nahrungsmittel. Boah. Das wird sich Wärmemarken. Biete, biete. Gib mir Wärmemarken. Lust auf Stunk. Okay. Dann fällt mal so ein bisschen die Geschichte von einigen Leuten, ne? Hier bitte Wärmemarken. Wir haben sonst ein riesiges Problem. Hab ich. Nahrungsmittelbezirk. Wird gebaut. Lager sind auch fast aufgebraucht. Wohnen. Wohne. Wohne ich dafür. 100 Wärmemarken. Hab ich nicht. Ich muss erst mal Nahrung anbauen, das ist viel wichtiger. Boah, ich 40. Ups. Erst mal müssen wir zusehen, dass wir irgendwie wieder Nahrung rankriegen. Und gemeldet. Ja, danke. Komm, baut. Erfüllt, Bedarf, 106. Okay. Ja, das kommt. Muss erst mal die nächste Station frei werden. Die hatten wir doch. Hier hat Nahrung. Förderbetrieb. Fertig, das hier. 40. Wir haben hier ein paar Stationen, die wir abgrasen müssen. Pomp wird gebaut, 40. Na? Wird gebaut, wird gebaut. Sehr schön. Was sagt das? Umland? Hier können wir noch Ressourcen holen. Position starten. Ich habe keine. Ich brauche 10 Stück auf jeden Fall. Na komm. Baut, baut hin. Hoffe ich ja noch gar nicht so wirklich in Stufe 2 zu gehen. Oh. Theoretisch können wir das Ding ja eigentlich ja nicht zurückbauen. Was haben wir jetzt da? Ich habe jetzt nicht genug Wertmarken. Genug Wärmemarken. Filtration. Was kostet mich jetzt so eine Filtration? 100 Wärmemarken. Habe ich nicht. Ich muss erst mal erst mal die Bedürfnisse der Stadt... Ich habe jetzt ein bisschen schnell geklickt. Minus 3. Ähm. 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 Ihr müsst zusehen. Die Leute dürfen nicht hungern. Wärmebedarf. Das ist so abartig, ne? Ja. Verstehe. Gesellschaft. Kindheit. Keine Regeln festlegen. Bestattung. Ach, keine. Kindheit. Wir brauchen Pflichtschulen. Familienlehre. Wärmeinkommen. Sagen, das vorschlagen. Abstimmen. Ne, das war's. Oder? Oder? Äh. Ich habe wenig Vertrauen. Stuart? 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 Das muss ich auch die Stadt geben. Ich brauche Wärme. Alter. Die Stadt zu ernähren, ne? Das wird der... Das ist der Wahnsinn. Absolut der Wahnsinn. Was für ein... Hä? Der absolute Wahnsinn. Ähm. Ja. Haben wir. Volle Entsorgungsanlagen. Das Ding steigt leicht. No. Außenvorkommen fast erschöpft. Ja, ganz ehrlich. Ja, kann ich hier erstmal nicht tun. Geschäfte, Vorräte. Ach, echt? Die Leute reingeholt, glaube ich. War noch irgendwo... Wir müssen... Nahrungsmittel. Wir müssen es doch erstmal bauen. Worsche Belüftungsturm. Nach der Wochenzeit. Wird wieder kühler. Ja, ich habe... Keine Ressourcen mehr. Es wird nichts ändern. Ja, wir stehen kurz vor dem Kollaps, ne? Der Gewinnungsfabrik. Weiß halt nicht, wie ich effizient an sowas komme, ne? Wird noch keine Ressource. Einfach keine Ressource. Wird wieder wieder kommen. Ja, ja. Wir stehen hier. Hors vom Zusammenbruch. Ja... Kann ich erstmal nicht ändern. Ich habe wieder ein Gesetz in der Kategorie Kindheit. Machen wir. Wir haben Nahrung. Wir brauchen jetzt noch... Kann ich mir nicht leisten. Sehr schön. Wie ein Altarbeitskräfter. Danke. Ah, Wohmbezug ergibt sich bald von selbst. Negative Beziehung zu allen. Danke. Denn halt, ne Moosfiltration. Die Stadt ruinieren. Ja. Ich sorge gerade dafür, dass ihr Essen habt. Und Dinge. Armee... Was los? Äh, reparieren. Lose Ressourcen. Möchte einfach komplett neu starten. Die Gewinnungsfabrik. Ja, danke. Zehn Wochen. Die Gewinnungsfabrik. Die Gewinnungsfabrik. Die Gewinnungsfabrik. kriegen oder so ich bin ganz ehrlich ich würde einfach mal gerne dieses kapitel neu starten ja ich kann nichts tun das ist mein problem kann einfach nichts tun bereits erforscht ja filtrationstürme habe ich doch schon lüftungstürme ja hier aber fehlen mir noch ein paar marken für ich bin auch ganz ehrlich also ich finde das sehr traurig dass man das nicht neu starten kann dieses ganze szenario hat nämlich auch gar keinen bock alles noch mal zu spielen bin ich nicht geil und das ist einfach dass man sagt ich möchte dieses kapitel neu starten sondern ich muss immer von einem gewissen punkt an laden bin ich nicht cool ist nicht schön gelöst ja danke wird bald noch kälter oh man ey so werde ich nicht vorankommen ja ein krankenhaus wäre geil ja ist dabei ja ich möchte einfach nur neu starten darf aber nicht ich darf nicht neu starten darf einfach nicht neu starten ja weil ganz im ernst also ja kann ich gerade nicht tun ganz ehrlich ich mache eine neue gesetzgebung bin da ganz ehrlich ne ich würde einfach komplett mal hier von dem ding an von null an beginnen möchte nicht den prolog noch mal spielen das will ich gar nicht ich finde es nicht geil es ist nicht schön gelöst ja ich bin in frostland danke wir haben öl gefunden deswegen habe ich da schon komplett geplündert im prolog danke gut respektieren grad verbinden ja danke oh gott gut das wird eh nicht mehr lange dauern gut